Ich werde ja oft gefragt, was ich denn so für Games zocke und ob ich nicht einmal ein Let's Play machen kann. Nun, das Game, das ich im Moment am häufigsten zocke, nennt sich Real Life und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal ein Let's Play davon. So, wir legen auch gleich los mit Kaffeemachen. Dazu brauchen wir erst einmal eine Tasse aus unserem Inventar und natürlich einen Kaffeefilter. Ich nehme immer den aus Porzellan. Ich weiß, dass es auch mit einem einfachen aus Plastik geht, aber ich finde die Porzellanfilter einfach besser, auch wenn das jetzt hier mehr XP kostet. Dann natürlich die Filtertüte. Die müssen wir schön falten hier, denn wir wollen ja die Bonuspunkte mitnehmen. Filtertüte rein, Kaffee drauf und jetzt kommt ein bisschen der schwere Teil, das Wasser dazu geben. Da bin ich auch nicht so gut drin, aber der Controller ist auch nicht so toll dafür geeignet. Aber wir haben es geschafft. So, jetzt müssen wir noch warten, bis das Wasser durchgelaufen ist. Das dauert ein bisschen und ich finde es auch nicht so gut gemacht von den Entwicklern, dass man jetzt hier eigentlich nichts weiter machen kann, als rumstehen und warten. Denn man braucht ja den Kaffee, bevor man irgendeine andere Mission anfangen kann. Man könnte jetzt noch ein bisschen nachkippen, dass es vielleicht schneller geht, aber ich glaube, das ist nur ein Mythos. Das stimmt nicht. So, jetzt Filter weg und dann haben wir auch schon den Kaffee. Ich gebe jetzt hier noch ein bisschen Milch dazu. Ich weiß, dass man auch weiterkommt ohne Milch, aber wir wollen ja nicht einfach nur gerade durchspielen. Wir wollen ja auch die kleinen, feinen Details miterleben. Deshalb kippe ich jetzt ein bisschen Milch rein. Richtig schöne Textur. Da kriege ich fast Lust, wirklich einen Kaffee zu trinken. Und das Tolle am Real Life ist, dass man ja jetzt auch wirklich einen Kaffee trinken kann, denn es ist ja ein richtiger Kaffee. Gut, damit beende ich dann unsere erste Aufnahme. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Let's Play Real Life Kaffee kochen. Beim nächsten Mal geht es weiter mit Let's Play Real Life den Computer aufklappen. Und als echter Let's Player bringe ich davon jetzt natürlich jeden Tag zwei Folgen à 20 Minuten, die ihr unbedingt alle gucken müsst. Tschüss.